so frühstück ist getätigt ihr seht rechts oben findet die hallen der loschenen ich denke wir sollten mal reinschauen mal gucken ob wir mit den waffen die wir jetzt haben da was reißen können also aktiviert ist die quest soll mal gucken dass wir da rüber kommen ist jetzt nichts groß in der nähe ich denke wir können einfach zu fuß mal rüber laufen an der brücke vorbei richtung friedliche acker ich gucke mal ob wir da irgendwie was von der warte ausreißen können so hier so rüber das müssten wir ja vielleicht sogar hinkriegen ausdauer haben wir am start können wir doch so einige meter schon mal machen denke ich immer noch kleinen aufwind immer noch nutzen können und damit sollten wir auf jeden fall ankommen das hat ja schon mal gut funktioniert das ist ja nur noch 250 meter schauen wie wir da hinkommen ist nur irgendwie hier hoch ah Mist wir hätten glaube ich da vorne schon hochkommen was aber dann können wir hier auch noch lang guck mal ja hier sieht es doch ganz gut aus hallo standort oben schlängeln wir uns mal hier hoch müssen wir hier irgendwo hoch was hier ah ja warte mal das sieht doch gut aus ja ich glaube wir sind auf dem richtigen weg hier wird sich hoch gewuselt okay dann bin ich sehr gespannt was uns da erwartet ja wohl da sind wir das wird ja heißer scheiß ich bin mir sehr sicher und ich komme überhaupt rein in die bude so oh das ist auch ein neins warte kurz das ist das sieht doch nicht schick aus mit dem glas das auch bauen können erstmal gucken ob wir überhaupt rein dürfen oh hallo ist hier schon was okay äste möchte ich jetzt nicht mitnehmen oh mein gott so ein gruseliger sound direkt ich bin's der floki hallo warte mal was gibt's denn hier ein neues mysterium enthüllt sich sie sind schließlich mehr als nur legenden die hallen der erloschenen existieren und in ihrem innern erklingen die melodien einer vergangenen ära erinnerung an eine zeit in der ein klarer himmel herrschte und das mir erstmal noch tief unter uns schlummerte diese heilen unbekannten ursprungs gibt es schon seit jahrtausenden aber ihre architektur unterscheidet sich von dem stil der erbauer sehr merkwürdig das heißt dass diese gruften als verbannungsorte für die untersten der gesellschaft dienten ich frage mich ob die verfluchten bewohner immer noch auf dieser irdischen ebene wandeln das freien mich auch was da danke für die äste ich wollte sie eben nicht mitnehmen jetzt hab ich sie doch da hinten sieht es schon mal hochverdächtig aus ich gucke mal ob hier noch was liegt ja danke ich hoffe wir kriegen hier was besseres raus als die äste oder sind schon mal ein paar hallo hallo oh vielleicht zuerst aus der hose heben er läuft weg hier nimm das ok schaden des ganzen nice was haben die oh was haben die denn aber ectoplasma fragmente aha ich sollte vielleicht nicht unbedingt mit der waffe da drauf prügeln wenn ich ehrlich bin ich bin mir ziemlich sicher dass ich die noch brauchen werde mal so geiler scheiß ist hier nicht ist hier nicht in den vasen sagte er und kriegt ein rotes marmorfagment ok wir machen sie doch kaputt und diverse heiltränke nein ok gut erste welle wird nicht die letzte gewesen sein fürchte ich aber wir haben schon mal ganz gut überstanden Junge ist das gut hier sag doch mal ehrlich ach ist das ein port um mal rum zu kommen wahrscheinlich Knochenpfeile ich weiß gar nicht wie gut ich hier Pfeile zum Einsatz bringen kann ich mal das Glück habe und habe eine erhöhte Position könnte es vielleicht was werden naja ich muss das mal weitermachen jo lass mal nach oben schlotzen ok ach das war so ein marmorfragment gut hier gibt es nur Bücher ne nein nicht hör doch auf überall sind diese Bieste drin zieh nicht los oh was ist noch da Eisschutzlotion sehr interessant da sind Bücher drin dann geht es mal hier weiter ich könnte mir auch noch ein paar Elixiere gönnen jetzt muss er gerade hier aufsammeln wenn wir den Knochen kannst du behalten oh alter ich mich verjahre ouchi und mach keinen Stress voll erschreckt vor der alten vergammelten Töle na Gott noch eins da ist doch noch eine wo will sie hin ja oh mein Gott oh Ausrüstung ganz wichtig bitte mal merken hast du so gedacht ne dass ich nicht auf dein Herrchen achte Pfeile gibt es ja immer genug hallo Knochen ach so so aus wie so ein Schädel der Schädel sieht ja nice aus was ist das ach so ein Heilungsorb aha jo von den roten Fragmenten können wir gerne ein bisschen was mitnehmen die Knochen kann es glaube ich behalten okay lass mal nicht zu lange aufhalten jede Vase jetzt kaputt zu prügeln hab ich glaube ich auch keinen Bock drauf hier wahrscheinlich auch nicht ist er da oben wenn er hier wird sicher mich gehört mein Freund hat wie viele Knochen da hinten ist was zu lesen dann gehen wir mal direkt hier oder auch nicht das ist nur eine Kerze aber das muss dieser rote Marmorblock hier sein der sieht natürlich auch exquisit aus was ist das möchte ich den Tisch abbauen könnte ich einfach mal passiert haben wir Steine raus okay so und was was passiert was war es sterbe ich hier oder ist das einfach ein Portal wo man durchlaufen kann okay ich kann hier nicht durch aber hier vielleicht meinst du das ist der Weg hier ich sehe gar nichts ich sehe gar nichts scheiße ich glaube ich habe mich verfranst Leute oder komme ich hier irgendwann auch wieder raus doch ich weiß ihr seht gar nichts aber ich halte auch nicht okay ich muss ich muss uns mal ein Licht gönnen ich sehe wirklich nichts ach hier war ja dieser ach da oben oh Gott ich habe es nicht gesehen braucht man mehrere von diesen grünen Orbs hier ah okay gut erst mal richtig umschauen bitte das hilft meistens durch die Knochen hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger geworben hallo warum laufen die nach rechts wo sind sie hin ich habe dich gesehen aber du machst nichts oh Gott oh mein Gott das ist ja nicht dein Ernst was ist denn das hier ich glaube hier geht es nicht weiter hier können wir durch eine Tür da sind wir hergekommen und hier sind die Typen hingelaufen ich gucke mal ob die noch da sind oder was die da machen da unten stehen sie rum tja ah scheiße genau zum falschen Augenblick nein die halten Gott sei Dank ja nicht so viel aus das ist schon ganz okay ich konnte sogar mal den Bogen benutzen das nur nicht vergessen dass da noch eine Tür war ach scheiße hast du gesehen oh was ist mit den oh mein Gott die kommen alle oh oh nein okay und da seine Kumpels hey da kann ich mich nicht gegen decken gegen die Jungs das ist ein bisschen ätzend okay 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 hey hey Haben wir. Sehr gut. Jetzt sind wir hier irgendwelche Truhen übersehen vor lauter Panik von den Gegnern. Halt. Da zieh dich wie so eine Mücke. Ah ja, nice. Bisschen mehr Marmorblöcke. Oh Gott. Was ist das für ein Drecksack? Er ist ein bisschen stabiler. Okay. So, hier hinten schleicht doch schon wieder einer rum. Hey! Na, geh auf. Weg mit dir. Das ist so ein Drecksack. Nicht hier rumzaubern. Okay, das nimm mal mit hier. Wofür auch immer diese Elektroplasmafragmente sind. Was ist das hier? Was ist das hier? Möchtest du das loben? Nein. Kriegt mir wahrscheinlich auch nicht wirklich was außer Steinen. Ah, hier wäre ich doch bestimmt rausgekommen nach drei Stunden Graben. Da, wo ich vorhin versucht habe, reinzugraben. Oh, da unten ist der Speicherpunkt. Das ist nice. Oh, hier kann man direkt nochmal reparieren. Geil, oh. Was ich die mitnehmen kann, wird kaputt gemacht. Okay. Und dann, ähm... Ich würde sagen, geht's weiter. Oh, das ist so cool. Ah, das muss man auch mal genießen. Jetzt höre auf. Mal weiter. Bandage. Boah, der ist ja noch nicer hier dabei. Jo, hier gibt's noch ein paar von den Blöcken. Oh, hier sieht's blöd aus. Ich glaube, hier könnten wir mal wieder ein Licht aktivieren. Einfach nur, weil es sich besser anfühlt. Wie die immer angerannt kommen, ne? Ja, richtig eklig. Wusste ich doch, was da aber in der Ecke steht. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Was kommt jetzt alles? Oh, 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 oh. Oha. Junge. Ging ja noch. War es noch so ein Schwebekopf? Wie zum Teufel habe ich jetzt die Barriere gelüftet? Ey! Oh Gott, das ist so ein Klappstuhl. Lass mich da hoch! Den prügel ich da runter, wenn er lästig wird. Ah! Wer röchelt hier? Okay. Ich buch nochmal hier rum. Wenn ich jetzt hier was übersehen habe. Ne, ich glaube nicht. Erstmal keine geheimen Türen, soweit ich sehe. Nein, nein, das passt schon. Okay. Zum Greifen nahe. Wir sind schon so nah, mein Freund. Vielleicht geht es dir wie mir. Grenzenlose Macht, unendliches Leben. Ein ewiges Licht, das in der Stille brodelt und in Türmen und Heiligtümern eingeschlossen ist. Was kann es dort Gutes bewirken, frage ich dich. Es sehnte sich danach, geteilt zu werden. Warum ergreifen wir es nicht gemeinsam, mein werter Flammenwächter? Die Tiefen rufen, komm näher und nimm meine Hand. Ich ziehe dich in den Schlund. Dein neuer Freund. Ich ziehe dich in den Schlund. Komm her. Nimm meine Hand. Da wird dir schon nichts passieren. Das stinkt. In meinen Augen. Was ist hier los? Warte mal. Ah. Okay. Keine Ahnung, wofür man es braucht, aber erstmal abkloppen. Weißt du? Aber wenn wir schon mal hier sind. Nehm ich ein bisschen was zumindest mal mit von dem Gedöns. Elektroplasma. Äh, Ektoplasma. Nicht Elektro. Wollt grad sagen. Ja, ist gut jetzt. Oh Gott. Geht's hier auch weiter? Das ist ein Schalter. Knochen-Geistel-Streitkolben. Und für 10 ist natürlich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Hätte ich mir Geileres gewünscht. Oh, hier ist noch mehr von dem Glibber, aber den lasse ich jetzt mal hier. Ein bisschen was werden wir schon zusammen kriegen. Das wird ja nicht die letzte Hande der loschenen sein, haute ich. Bis jetzt kommen wir ja ganz gut durch. So, warte mal. Jetzt ist ja schon wieder das Problem. Wo bist du denn hergekommen? Hier. Was heißt... Was ist denn jetzt hier hoch? Ist das richtig? Nee, hier warst du doch schon. Na, hier sind wir hergekommen. Ja gut, das bleibt nicht aus bei mir, ne? Wisst ihr, ja? Ab und zu mal ein bisschen verwirrt durch die Gegend trudeln. Dann müssen wir hier durch. Aber mach schön langsam. Oh mein Gott. Nee. Ich will da nicht runter. Wann muss das sein? Ich mach's noch mal ne Leuchte an hier. Wenn mal einer Schutt braucht. Hier kannst du dich mit der Spitzhacke mal so richtig austoben. Ich glaube, da bleibt uns nicht viel anderes über. Wo wäre denn hier... ...der beste Weg, um nicht direkt wegzustellen? Na gut, das sieht aber irgendwie... Das gefällt mir jetzt gar nicht. Da oben sind zwei von diesen Dingern da. Da würde ich ja schon mal bei einem landen. Muss man da drüber laufen oder kann man die auch per Pfeil aktivieren? Ja, da muss man gut drüber laufen, ne? Oh Gott, hier unten ist aber so einiges. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Machst du denn... Oh Gott. Hier schon mal ein paar wegzufiltern, ne? Zappel doch nicht so. Herrgott, was ist mit ihm? Wo haben wir die guten Pfeile gemacht? Na klar, bleibst du da stehen. Okay, den haben wir auch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da jetzt wieder... Wie komme ich denn da drüben drauf? Oh Gott. Aber für eine Seite hätte ich mich ja wohl entscheiden müssen, ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht für die falsche Seite. Oh, das kann man auch machen. Vantage. Junge, Junge. Das ist ein Haken, den ich vielleicht nicht gesehen habe. Also, du musst mich doch erst mal um die Gegner hier kümmern. Scheiße, wie komme ich denn da hoch? Okay. Wo ist das so? Wem war es immer da? Jetzt fangen wir hier noch was abzuknallen. Und wir müssen auch da ganz runter, wie es aussieht. Aber das ist ein Haken. Erstmal gucken, was jetzt hier so kommt. Das ist ja noch eine Falle aus hier. Schnell durchflitzen, nicht, dass doch irgendwas passiert. Da vorne ist noch so ein Ding, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir erst hier runter müssen. Aber da waren wir parken. Das heißt, wir kommen hier wieder hoch. Da ist noch was. Ist das grüne Zeug Insta? Oh mein Gott. Nee. Habe mich zu dämlich zu. Gibt es eine Chance, hier wieder hochzukrambeln? Wie kriegt man das? Oh, sehr gut. Okay. Ja, ich möchte es nicht riskieren, da unten drauf zu trampeln. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist dasselbe wie die rote Sülze, in der wir sonst schon tausendmal gestorben sind. Da geht es wieder hoch? Ich glaube, mehr war hier auch nicht. Jetzt war nur das eine Ding, um die Barriere da zu öffnen. Boah, dann nix hier weg hier. Auf geht's. Oh, ich sollte mal wieder was essen, ne? Ich glaube, nicht schaden, ne? Oh. Bisschen Feuerball 1. Also der Loot ist tatsächlich so, was schon Starter-mäßig auf dem Level. Oh, da ist ja noch einer. Kommenste? Jo, man kommt. Aber mit Level 10 möchte ich hier, glaube ich, nicht durch. Diese Zauberer machen schon echt einen üblen Schaden. Ich habe noch nicht alle, fürchte ich. Barriere hat sich noch nicht aufgelöst. Da wird mir noch was fehlen. Ich habe da auch oben was gesehen. Ich bin bestimmt noch ein bisschen höher. Da. Hinten sieht es noch ganz... Da ist auch irgendwas geflattert. Ach, guck mal, hier ist er auch in der Hand. Oh. Blitzmäuse. Das ist noch eine Blitzmaus. Ja, wir haben es. Sehr geil. Ich springe lieber, weil die meistens ein bisschen über meiner Höhe schweben. Ich die dann nicht treffe. Ich habe keinen Bock, dass sie mich blitzen. Aber die Fellfetzen kannst du eigentlich behalten. Okay, dann könnten wir ja eigentlich direkt hier runterflattern, oder? Ich habe bestimmt eine ganze Menge übersehen. Aber. So, das ist hervorragend hinbekommen. Dann geht es weiter. Ich bin so geflasht hier von der Umgebung. Bei der ersten Halle der Loschnen, da kann er schon mal vorkommen. Ich würde jetzt ganz gerne durchkommen. Das wäre erstmal die oberste Priorität. Wenn ich was ultra geiles übersehen haben sollte, das könnte mir das gerne in die Comics schreiben, aber. Ich glaube, vom Blut her. Sehr gut Ausrüstung der Barrieren. Vom Blut her ist das hier, glaube ich. Nicht so interessant. Ja. Die Challenge und die Optik macht es hier aus. Willst du denn jetzt schon wieder lang? 10.000 Wege? Gibt es noch was zu looten? Ja. Ja, auch nicht. Gehen wir erstmal links lang. Wir sind fallen. Wir gehen erstmal rechts lang. Hier ist ein Speicherpunkt. Das ist schon mal viel wert. Gehen wir mal hier weiter runter. Oh, hier ist ein... Noch ein Pfeil? Ach du Schande, ey. Wie viele Wege gibt es hier denn? Und wer ist hier hinter? Uiuiui. Nee, nee. Oh, nicht hinter... Ey! Nicht hinter mir. Komm schlawenzeln. Was soll denn das? Boah. Was ist denn ein Hund? Hier sind nochmal 30 Türen gefühlt. Da, da. Mehrere Särbel. Oh, was ist denn? Ein Mana-Trunk. Und nochmal rote Fragmente. Da sieht es schon mal schwer nach einer Geheimtür aus. Oder? Oh ne, ich hätte gedacht. Oh, wir müssen. Neuern! So, wen haben wir hier noch? Nachzüge. Ja. Ich bekomme erstmal eine Schelle. Na gut, wenn du natürlich mit mehreren Leuten... mehreren Leuten hier durchläufst, ist das nochmal was ganz anderes. Dann kannst du natürlich auch viel früher hier rein. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter und gucke mal, wo uns das hinführt. Ich weiß, es lagen noch ein paar Wege vor uns, die wir hätten nehmen können. Ah, bin ich hier auf der anderen Seite? Das wäre natürlich... Oder wo? Hä? Hä? Hier, warte mal. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt, aber komplett. Moment mal. Das muss ich noch mal kurz abchecken, sonst komme ich hier nicht klar. Ja. Nee. Kommt ihr hier noch mit? Ich bin schon wieder löst. Okay, hier war ich hergekommen. Da haben wir gesagt, wir gehen erst links, da waren wir fallen. Hey, oh Gott, das war eine ganz andere Ecke. Okay, ich mache aber hier die Tür auf und gucke mal rein. Sonst kommen wir hier niemals mehr raus. Hallo? Das ist ordentlich. Ich habe zu wenig Licht mit. Oh. Halt. Bin ich... Oh Gott. Wie viele Mäuse sind denn hier? Ich sage doch, die fliegen über mir. Alter. Stirb doch. Boah. Oh, hier gibt es wieder noch eine Menge Ektoplasma. Mal kurz gucken, ob hier nicht noch irgendwas Geiles ist. Gehe jetzt nach oben zum Beispiel. Äh. Okay. Oh, da ist was Edleres. Ist wieder so eine Blitzemaus? Aber hier ist doch was Fettes. Krasses Teil. Finsterer Halbmung und Magierstab. Na, schade. Vom Level her auch ziemlich... ...ranzig. Aber gut, wir haben es gefunden. Wir gehen hier wieder runter. Ich habe schon wieder Angst, dass wir einfach gar nicht mehr rauskommen. Ging es jetzt von hier noch weiter? Ne, ja doch, klar. Okay, dann gucken wir mal. Hier machen wir halt wenigstens noch nicht. Hier geht es wieder runter. Huh. Okay. Komm zu mir. Du hast es weit gebracht. Es war richtig von mir dir, meinem Wohltäter Vertrauen zu schenken. Warum bleibst du in ödischen Ketten gefangen? Das rote Band des Schicksals ist um deinen Hals und deine Handgelenke gebunden und schneidet in dein Fleisch. Du wirst von Haken der Vorbestimmung zerrissen, die sich tief zwischen deinen Rippen verankert haben. Befreie dich. Finde mich in diesem Seelenmeer und komme mit mir. Streck die Hand aus. Nur noch ein kleines Stückchen weiter. Bis zum Grunde. Lass uns gemeinsam wieder auftauchen. Du weißt, wer das geschrieben hat. Du weißt es genau. Okay. Oh ja. Ich sehe schon mal einen weiteren Speicherpunkt. Das kann schon mal nicht schlecht sein. Ob es hier natürlich nicht durchgeht. Okay. Ich sehe noch irgendwie einen Schalter, mit dem man diese Tür öffnen könnte. Weiß ich nicht. Ich sehe keinen. Aber das heißt ja nichts. Okay, weiter. Ich kann mal nochmal reparieren. Das ist sehr nice. Aber sonst gibt es hier wohl nicht viel. Hier knürt was. Ich höre viele Dinge. Okay. Okay. Soll ich denn jetzt lang hier rein? Oder hier lang? Das sieht alles nicht so gut aus hier unter uns. Was ist das und so? Oh ja, ich sehe hier so einiges. Würde ich hier kämpfen? Ich bin mir unsicher. Ja. Einfach reinschnitzeln. Oh, okay. Zu viel gezögert, ey. Richtig, ich habe noch vom Mocken gekriegt, aber... Echt gute Regeneration tatsächlich. Okay, hier geht es links hoch. Boah, ist das riesig hier. Ja, hier hat man natürlich auch. Lange kommt. Und wir auch überall raus. Okay, nee, hier geht es nicht lang. Dann drüben... Oh, hallo. Ähm... Entschuldigung. Okay, der muss erst... Oh. Ah! Der lebt ja noch! Abstuhl. Ich war schon mal im Looten. Äh. Oh, das war... Mit dem Gesicht voraus. Alter, wie viele seid ihr? Aua, aua. Okay. Ich bin nur eben hierher gekommen. Wo kommen diese Typen denn her? Äh... Sieht das einfach genauso aus, ne? Eben hierher gekommen? Also, jetzt checke ich nochmal, ob wir durch die Tür können. Ich hoffe, nein. Sonst komme ich hier gar nicht mehr klar. Ah, die ist auch zu. Also geht es ja eigentlich geradeaus. Äh. Nee. Okay, doch. Hier geht es vielleicht. Okay. Ich bin eingefrostet. Wie viele? Hier, was Treppe ist gut. Alter. Ja, der hat mir riesen Sense. So ein Drecksack. Uiuiuiuiui. Ist ja cool. Stopp mal bitte. So. Mö. Mö. Am Start hier. Ich freue mich, dass hier so zurückhaltend wenig Gegner gerade sind. Hier geht es noch weiter. Okay, decken wir uns einfach mal nicht. Achso, meine Achse ist kaputt. Ich denke schon, warum geht das nicht? Gut, das war eine Ersatzwaffe dabei. Sonst wären wir jetzt spätestens richtig aufgeschmissen. War hier noch was zum Reparieren? War ein Stück weit zurück, ne? Oh Gott, das ist eine lange Sensor. So. Wäre eigentlich anders, ne Tür auf. Eigentlich kommen wir ganz gut durch, würde ich sagen. Aber... Wenn man das mal bedenkt, dass wir in einem anderen... Alter... Sind die nachgespawnt? Oh Gott, ich muss diese Barriere irgendwie knacken. Wie geht denn das eigentlich? Jetzt kommen sie schon wieder alle. Was ich eigentlich sagen würde... Nein. Man kommt hier ja keine Sekunde zur Ruhe an. Ah! Muss hier an die Seiten erstmal, oder? Oh, da ist noch eine Truhe, ne? Wenn man in höheren Gebieten das versucht, dann kann das schon echt knapp werden. Wenn die Gegner nur ein bisschen stärker sind, bei der Anzahl... Kannst du ja schon mal nicht schon auf der Fresse kriegen, glaube ich. Aber wir werden es rausfinden. Halle der erloschenen Block. Geil. Neues Baumaterial. Wir sind aber erstmal kurz safe. Ich bin mir grad unschlüssig, ob wir es jetzt noch durchziehen wollen oder nicht. Wir sind schon echt lang dabei. Aber dann machen wir heute halt mal eine Stunde. Ähm... Ich hätte es schon gerne in eine Folge bekommen. Obwohl das Ding ja echt groß ist. Jetzt keine Schande das aufzuteilen. Wir gucken mal, wie lange wir noch brauchen. Wir müssen auf jeden Fall... Einmal was zum Reparieren finden. Und zum anderen mal wissen, wie es jetzt hier weitergeht. Das wäre schon echt, äh... Ziemlich großartig. Ich flitz mal hier rüber. Da sind wir noch eine nette Truhe. Ein paar nette Skelette. Sind das auch im Fersen? Scheiße! Also Sensenmann wieder! Mann! Oh jetzt hauen sie wieder ab. Alles klar. Dann greif ich mal schnell zu. Einfach noch mehr der erloschenen Blöcke. Okay. Schwörungsschädel. Feuer bei Monatrap. Sensenmann ist wieder da. Hä? Sind sie alle wirr? Okay, lass uns kurz gucken. Wie geht's hier weiter? Da ist eine Barriere. Gehe ich nicht durch? Oh. Schlechte Position. Okay. Bin mir nicht sicher. Aus hier. Sehr gut. Boah, Alter. Mein Schwert ist auch bald kaputt. Dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. War hier nicht irgendwo was zum reparieren? Weil das ist jetzt hier ganz entscheidend. Hier oben, oder? Nein. Wo war das? Hier war's. Oh, wichtig. Okay. Was? Zum Teufel. Habe ich übersehen. Wir müssen die Barriere knappen. Wo sind diese Dinge dafür? Was ist hier los? Ich seh' nix. Ich seh' nix. Ich spring' lieber. Ich seh' nix. Ich spring' lieber. Okay. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Langsam und vorsichtig. Das ist, glaube ich, angesagt. Meins hier unten ist was? Hm. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Hier könnte ich ja drauf auf den Schrott, ne? Nur in das grüne Kram nicht. Aber ich seh' halt auch nix. Was uns hier weiterbringen würde. Ich will hier wirklich nicht sterben drin. Nee. Ich glaube hier unten hat's nix damit zu tun. Und das ist nur, damit du wieder hochkommst, falls du mir hier runterfällst. Nehme ich an. Keine Ahnung. Kann das sein, dass es irgendwie zweimal relativ ähnlich aussieht und nicht einfach. Oh Gott. Und hier sehe ich auch keine Haken und nix. Aber von daher... Da vorne ist die Barriere. Ich lauf' jetzt einfach mal hin. Komme ich irgendwie höher. Hier ist ein Haken, aber das... Das ist ja nur der... Ja. Bring mir, glaube ich, nicht. Naja, ist doch gut. Erinnert mich direkt daran, nochmal ein bisschen was zu mir zu nehmen. Das sind aber nicht mehr ganz so viele Gegner. Also ich glaube, nachspawn tun die tatsächlich nicht. Es kommen halt nur einfach extrem viele. Ein paar sind nur über, aber... Jetzt lauf' mal dahin und guck' mal. Kann doch nicht wahr sein. Nee, ich peil's nicht. Ich seh's halt auch nicht. War ich nicht in allen Räumen? Muss ich nochmal in so'n Raum rein? Ich war, glaube ich, nicht in allen Räumen. Da steht schon wieder Sensenmann. Oh, Alter. Hey! 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 Ah! Okay! Muss die Sensenmänner alle killen, oder was? Jetzt ist die Barriere offen. Oh! Und schon sind wieder... Oh mein Gott. Oh, die sind wieder... Entschuldigung! Wie viele? Okay. So stirbt man recht schnell. Schön langsam und entspannend. Oh! Ah, guck mal aber... Oh! Oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! 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 Okay, das nehmen wir alles mit. Taschen würden ganz schön voll sein dann. Oh, da war so ein Live-Port. Jetzt können wir endlich mal weiter hier. Ich habe es nicht verstanden, wie das... dass es an die Gegner gekoppelt war, die man besiegen muss. Oh, was ist hier los? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Öffnen. Helden Crowley, der Sammler. Wir haben einen neuen NPC bekommen. Ich schwöre den neuen Überlebenden. Geil! Das sind nur Bücher. Das finde ich ja krass. Okay, dann hat es sich ja mal richtig gelohnt, hier reinzugehen. Auch wenn ich jetzt den einen oder anderen Weg nicht eingeschlafen habe. Und hier vielleicht auch noch... Da oben gibt es nochmal so ein Port-Punkt. Gehen wir da wieder raus? War es das? Oder gibt es hier noch einen Boss? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wenn er hier auf dem Tisch genagelt ist. Hättest du bequemer haben können. Doch, hier ist nichts weiter. Ich hoffe es zumindest. Gehen wir mal. Wie schlimm kann es hier noch werden? Da ist eine Belohnungstruhe? Ist das ein Bossraum? Nö. Wie ist der Grauen Axt? Stufe 10. Aber 37 Schaden ist so gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Ist ja richtig legendär. Alter, ich dachte ich höre Dinge, aber das war diese Tonne da. Heilungsstrom? Okay, hier gibt es nochmal Belohnung zu grasen. Die sind leer. Okay. Ah, da ist noch eine mit Deckel. Ja, da ist nichts hier raus, ne Leute. Wir haben schon ultra überzogen. Aber ich denke hier, oder gibt es noch eine Ebene dann? Leute, dann muss ich tatsächlich in die nächste Folge schwenken. Wir gucken mal. Aber ich denke, der NPC war tatsächlich das, was hier zu holen gab. Sind wir am Ausgang? Ja, ich glaube, das war das erste Ding, was wir genommen haben. Kann das sein. Ja. Nice, Leute. Okay. Wir haben die ersten Hallen erforscht. Mehr oder weniger. Ich weiß, den einen oder anderen Weg habe ich nicht genommen. Aber wir haben einen neuen NPC. Da mache ich mich nichts wie nach Hause, Leute. Sieht das so aus, wenn man das erfolgreich absolviert hat? Oder sieht das so aus, wenn das heißt, da ist noch irgendwas? Achso, wir haben natürlich keinen Schlüssel bekommen, ne? Brauchte man für diese Hallen, die wir da gefunden haben, nicht einen Schlüssel? Ja. Dieser zweite Eingang, den wir da entdeckt haben beim letzten Mal. Ich weiß es nicht, aber es wird mit Sicherheit noch wer mit uns sprechen. Wahrscheinlich muss ich den erstmal beschwören. Kommt der hier mit in den Keller? Erstmal ja der neue NPC. Gucken wir uns dann aber beim nächsten Mal an. Leute, jetzt machen wir Feierabend. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. War eine geile Runde. Ja, wenn ihr mehr wollt, lasst gerne mal einen Daumen oder einen netten Kommentar da. Oder auch mal ein Abo. Freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüssi. Wie wär dir du hier mit, wenn man dringern kann. Die jungen deathbeden. Musik gonna ich im Moment.